Ja moin liebe Brusten, es ist Donnerstag, das heißt Buschis Transfer-Update, das hat mittlerweile Tradition, das Format macht mir richtig Spaß. Ja, und das Jahr klingt langsam aus, die Gerüchteküche brodelt. Im kommenden Jahr werden wir mit einem richtig geilen Livestreaming-Konzept zurückkommen, aber wir werden natürlich auch dieses Jahr noch durchgehend berichten. Was diese Woche wieder an Gerüchten rumkam, war einiges, das werde ich euch heute aufklären, um meine Einschätzung dazu geben. Und die Buschi-Tradition ist in Ägypten angekommen, Volker hat mir das Bild geschickt, das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Wie ich schon gesagt habe, der Shop wird in 10 Tagen zugemacht, also nur vorübergehend zugemacht, wir gehen in Winterpause für einen Monat. Wenn ihr noch was wollt, ja, Link ist unten drin, buschisborussia.de. Eine Signierkarte gibt es natürlich immer gratis von mir unterschrieben, mit weihnachtlichen Grüßen. Und, wie immer, am meisten unterstützt ihr mich mit einem Abo und einem Daumen oder halt einem Kauf. Aber Abo und Daumen sind immer herrlich, da freue ich mich heute auch wieder drüber. Und jetzt starten wir rein. Wie gesagt, buschisborussia.de mit dem Rabattcode BUSCHI gibt es den Versand umsonst. Gönnt euch was, zu Weihnachten immer guten, warmen Pulli zu haben. Und jetzt starten wir rein. Also, das erste Gerücht für mich, bin ich ganz ehrlich, auch das wahrscheinlichste und finde ich sehr, sehr gutes Gerücht. Verzeiht mir ein bisschen, wenn ich ein bisschen rollst, weil ich habe mit einer Erkältung von einem anderen Level eingefangen. Aber, das soll uns nicht aufhalten. Mamouche ist ein Spieler von VfL Wolfsburg, wissen wir alle, hat uns auch schon wehgetan diese Saison, hat ein Tor gegen uns gemacht beim 2-2. Weil, da hat man seine Klasse auf jeden Fall gesehen. Hat Vertrag noch bis 2-23. Ist extrem schnell, technisch beschlagen. Und für mich wird der Transfer auf mehreren Ebenen Sinn machen. A, du musst keine Ablöse zahlen. Durch den Abgang von Benze, Baini und Teram wird, ja, wird in der Gehaltsstruktur ein bisschen was frei. Also, du kriegst ein bisschen Luft. Dadurch kannst du dann am Musch wahrscheinlich einen Euro mehr bezahlen und ein bisschen Handgeld. Und, äh, der kann genauso gut im Sturm wie links außen spielen. Ähm, ja. Und das wäre eigentlich der perfekte Ersatz für Teram. Ähm, ob er ihn gleichwertig ersetzen kann, sei mal dahingestellt. Der BVB ist auch interessiert. Ähm, gucken wir uns den Spieler nochmal an. Also, wie gesagt, der hat noch keine Bäume in der Bundesliga ausgerissen. Ähm, spielt jetzt, sag ich mal, eine solide Saison. Aber, wie gesagt, der ist auch erst 23. Ähm, da geht noch einiges. Und, wie gesagt, flexibel einsetzbar. Ähm, ich fände es sehr, sehr gut, wenn wir den bekommen könnten. Ähm, zu Teram und Benze, Baini würde ich halt wenig sagen. Weil ich glaube, bei Teram wird erstmal nichts passieren, bis die WM vorbei ist. Und bei Benze, Baini ist es sehr, sehr ruhig geworden. Ähm, ja, Teram gibt sehr, sehr viele Gerüchte. Aber, ähm, eventuell wird es tatsächlich auf beide ablösefrei hinauslaufen. Muss man schauen. Ähm, aber da ist es jetzt so ein bisschen reinraten ins Blaue, was da passiert. Ähm, Mabusch-Transfer würde ich definitiv befürworten. Ich glaube, der würde uns richtig guttun. Ähm, und wäre ablösefrei. Deswegen fände ich gut. Ähm, schreibt da gerne mal eure Kommentare dazu in die Kommentare. Eure Kommentare in die Kommentare. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Aber schreibt gerne mal rein, was ihr davon halten würdet. Und, ähm, wir müssen natürlich auch in der Abwehr nachlegen, wenn Benze Baini geht. Wie gesagt, Benze Baini konnte immer Innenverteidiger und Linksverteidiger spielen. Und beides überragend. Und da sind zwei Namen aufgetaucht. Retzos, alter Bekannter aus der Bundesliga von Bayer Leverkusen, spielt jetzt wieder in Griechenland bei Olympiakos Pireos. Und, ähm, jetzt muss ich aufpassen. Kuli Rakis, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, äh, spielt bei Parox Saloniki. Gucken wir uns die beiden Jungs erstmal an. Ähm, Retzos kann eigentlich in der, in der Verteidigung alles spielen. Könnte Rechtsverteidiger spielen, Innenverteidiger und Linksverteidiger und auch noch defensives Mittelfeld. Steht, spielt aktuell bei Olympiakos Pireos. Äh, ist aber eigentlich ein Spieler von Hellas Verona. Ähm, ja, wie gesagt, ausgeliehen. Hat da noch Vertrag bis 2024. Wäre eine günstige Alternative, glaube ich. Ähm, da müsstest du keine Unsummen für bezahlen. Ähnlich sieht es wahrscheinlich bei Kuli Rakis aus. Ist jetzt, ähm, schon ein griechischer Nationalspieler. 19 Jahre auch alt erst, ähm, was natürlich sehr, sehr interessant ist. Den könnte man aufbauen. Ähm, ja, Stammspieler und griechischer Nationalspieler. Ähm, von den Skills her kann man jetzt noch nicht so viel sagen. Aber, ähm, ja, das wären wahrscheinlich, äh, flexibel einsetzbare Spieler, um Benzebaini zu ersetzen. Gleichwertig wird das natürlich nicht sein. Wir haben natürlich auch noch Luca Netz. Aber, ähm, ich werde den Transfers auch offen geben, weil sie auch finanzierbar sind. Und, was ich ein bisschen traurig finde, definitiv, Leiner steht wohl vor einem Abschied. Äh, als Ablösesumme wird eine Million Euro genannt. Also, das finde ich schon wild. Also, ein Leiner, der erst 30 Jahre alt ist, der hat wahrscheinlich noch ein paar gute Jahre vor sich. Eine Million nur zu bezahlen. Ich glaube, wir haben elf damals bezahlt. Ich finde, der ist ein Kämpfer, ähm, der kommt über seinen Kampf und seine Laufbereitschaft. Ist definitiv nicht technisch der beschlagenste Spieler, das auf jeden Fall. Aber eine Million Euro, also, da würde ich als anderer Verein sagen, komm, nehm ich. Ähm, gib dem Drei-Jahres-Vertrag und lass ihn bei mir über die rechte Seite ackern, ne. Ähm, boah, finde ich, finde ich traurig. Klar, ich glaube, Farke steht auf technisch beschlagene Spieler. Merkt man auch an den Gerüchten. Also, es sind alles Jungs, die ein bisschen mit dem Ball umgehen können. Leiner natürlich auch, aber, wie gesagt, Flanken und, ähm, ja, äh, tiefe Läufe ist nicht so sein Ding. Äh, Dribblings, ähm, ja, aber er ist trotzdem solider Verteidiger. Eine Million, boah, das würde mir schwerfallen, wenn Leiner für eine Million geht. Ähm, soll wohl auch noch im Winter gehen können. Ähm, schreibt gerne mal dazu, ja, eure Meinung in die Kommentare. Das würde mich brennend interessieren, wie ihr für eine Million Euro zu Leiner steht. Für Leiner steht, ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Ja, aber, das würde mich traurig machen, sage ich euch, wie es ist. Jetzt kommen wir zum Gerücht, was ich für relativ unwahrscheinlich halte. Also, Ismail Jakobs zur Borussia, da sind wohl mehrere Bundesligisten dran. Ähm, wäre wohl eine Laie mit Kaufoptionen, ist bei Monaco jetzt nicht wirklich glücklich. Ähm, kein, kein Stammspieler. Äh, aber ich glaube, ein Ex-Kölner, das wäre schon mal sehr, sehr schwer für die Fans, glaube ich. Also, der wird schon mit Druck da hinkommen. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob der uns unbedingt weiterhelfen würde. Ich glaube, wäre auch ein Linksverteidiger bzw. linkes Mittelfeld. Da würde ich andere Optionen vorziehen. Luca Netz oder halt die beiden Griechen, um ehrlich zu sein, weil die auch kostengünstiger werden. Ja, also dem Gerücht gebe ich nicht so viel, deswegen wollen wir das auch abhaken. Kommen wir nochmal zu Jan Sommer. An der, an der Stelle auch nochmal, ähm, ja, ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem guten Interview von Mitgedacht, ähm, die ein Interview mit Roland Wirkus geführt haben. Und die Chancen auch in Sommerverlängerung steht 50-50 laut, äh, Roland Wirkus. Ähm, ja, es ist halt abzuwägen, ob er nicht nochmal mit einem anderen Klub spielen will, nochmal einen Titel gewinnen will. Real Madrid wurde in dem Kontext genannt, also nicht von Roland Wirkus, sondern ging jetzt in der Gerüchteküche rum. Das glaube ich aber nicht, weil da wird er hinter Courtois spielen, beziehungsweise nicht spielen. Äh, außer Courtois verletzt sich bei Real Madrid. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Abgangshaus steht. Ehrlich gesagt, also habe ich vor ein paar Wochen noch nicht gedacht. Aber Jan Olschowski hat, ja, ein, zwei gute Partien gemacht, sag ich mal. Und der Jan Olschowski wird sich nicht drei Jahre hinter Sommer auf die Bank setzen, ne. Dafür ist seine Qualität zu gut. Und, ähm, wenn ein Kaderumbruch ansteht und Jan Sommer sich dagegen entscheidet, dann hast du mit Jan Olschowski wahrscheinlich, äh, ja, eine neue Nummer eins. Äh, ich würde dem Jungen das zutrauen. Ähm, musst du noch eins, vielleicht noch eins, einen erfahrenen Torwart dahinter holen, ähm, als Backup. Und, äh, ja, wäre natürlich traurig, wenn das Kapitel Sommer bei Borussia zu Ende geht. Das war extrem erfolgreich unter Jan Sommer, hat das Ding vergessen gemacht. Ähm, ja, ich kann ihn verstehen, wenn er nochmal woanders hin will, um ehrlich zu sein, ich würde es ihm auch nicht übel nehmen. Aber wäre natürlich traurig, ne, ähm, irgendwo. Aber muss man abwägen. Ähm, ich glaube, es wird ein größerer Kaderumbruch kommen. Ähm, also das steht jetzt schon fest wie das Arme in der Kirche. Der Wunsch von Roland Wirkus wäre, dass unser Capitano diesen Umbruch moderiert. Aber auch hier sieht es schwierig aus. Stündel zögert mit einer Verlängerung. Ähm, hat wohl seiner Familie versprochen, dass 2023 zurück nach Karlsruhe geht. Ähm, ja, deswegen zögert er noch. Ähm, Wirkus würde ihn gerne noch für ein Jahr behalten. Wird schwierig. Ähm, Entschuldigung. Wird schwierig. Ähm, muss man einfach abwarten, ne. Ähm, aber es ist dann auch eine Chance, wirklich den Kader nochmal neu aufzustellen. Wirklich auch, um eine Mannschaft aufzubauen, um Janoschowski in der Innenverteidigung, Itakura, Elwedi. Auf der Sechs, äh, ein Weigel. Im Sturm hast du aktuell keinen, aber ein Player wird da sein, ein Hofmann wird da sein, ein Neuhaus wird da sein. Du hast viele gute Spieler und viele junge Spieler und dann, wenn es dann mal so ist, dass du mehrere Jahre um Platz 8 bis 12 spielst, dann ist es so. Aber du hast dann wieder, ja, einfach eine neue Mannschaft, ein neues Gebilde. Ich glaube, das wird auch Zeit. Und, äh, Luca Netz könnte einer von den Jungs sein. Er hat jetzt nochmal ein Interview gegeben, ähm, dass es möglicherweise doch eine Laie geben könnte, weil, äh, wenn er bei Ihnen einfach zu gut spielt und wenn er bei Ihnen bleibt, wird er in der Rückrunde auch kaum spielen. Ähm, und Luis Jordan Bayer wird ja auch nächste Saison zurückkommen, ist auch nochmal einer für den Kader im Bruch. Und ich finde, Luca Netz kann einer der Jungs werden, halbes Jahr Laie. Vielleicht auch noch England in die zweite Liga, ähm, haben wir mit Jordan, Luis Bayer. Sehr, sehr gute Erfahrung gemacht. Schauen wir mal, ähm, der Junge muss spielen, das sage ich immer. Und Weigel hat auf jeden Fall nochmal bekräftigt, dass er bei Borussia bleiben will. Und er fand Borussia immer geil, da hat er recht. Ähm, aber ich glaube, Weigel wird nur finanzierbar sein, wenn wir nach Europa kommen, oder Kunne verkauft wird im Sommer. Ähm, und ich glaube schon, dass du für Kunne mit Vertrag bis 2025 eine 40 plus bekommen kannst. Da widersprechen mir viele. Ich glaube aber schon, dass das möglich ist, wenn er so weiterspielt. Und dann kannst du einen Weigel finanzieren, ne. Ich glaube auch, dass man mit einem Weigel und einem Neuhaus auf der 6, oder einem Weigel und Kramer auf der 6, ähm, sehr, sehr gut fahren würde. Auch ohne Kunne. Ähm, aber Kunne ist, ja, junger Spieler, aber muss man mal schauen, ne. Wenn da einer 40 plus bezahlt, dann kannst du als Borussia Mönchengladbach das nicht ablehnen, ne. In der Regel definitiv nicht. Und das war's. Das war das Transfer-Update. Ähm, vielen Dank, dass ihr auch, wenn ich heute ein bisschen krank bin, äh, wieder dabei wart. Hat mir eine Riesenfreude gemacht. Und, ähm, jo. Ach so, zum Schluss, wie immer. Der Discord, es sind jetzt bald 1050, noch 10. Macht das Ding voll. Der Link ist auch unten drin. Ähm, hier gibt's alles. Diskussionen um Tickets, Bilder aus dem Stadion, Fahrgemeinschaften, Spieltagstalk, Transfer-News, alles Mögliche. Ich werde auch hier immer die neuen Folgen ankündigen. Ganz, ganz tolle Sache. Wie gesagt, Link ist unten drin. Link zum Shop ist natürlich auch unten drin. Ich würde mich über eine Bestellung freuen. Damit unterstützt ihr meinen Kanal. Und jetzt wünsche ich euch einen super Feierabend. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.